Hey, es ist Katrin. Hallo, hier ist Katrin aus Pahia. Ich habe hier eine super Zeit, spreche ein bisschen Deutsch, auch ein bisschen Englisch. Ich habe hier eine super Zeit, bin gerade ein bisschen im Meer geschwommen. Es ist zwar arschkald, aber es ist superschön. Und ja, ich sende euch ganz viele Grüße auf die andere Seite der Welt, nach Hamburg. Ich hoffe, ihr habt dort auch eine schöne Zeit, wahrscheinlich sehr, sehr kaltes Wetter. Und mir geht es dir sehr, sehr gut. Und ja, es ist Katrin, ich habe eine sehr gute Zeit in Pahia und ich habe in der Ozean. Und normalerweise bin ich nicht in der Jungle, ich bin nur auf der Beach und habe eine sehr gute Zeit hier. Und ja, ich kann es einfach sehr, sehr gut sein. Und ich hoffe, ihr habt eine sehr gute Zeit, woher ihr auch seid. Bye-bye!